Ah, Expeditionshelfer gesucht! Im Phantasialand hat eine neue Attraktion ihre Tore geöffnet. Chiapas! Uah, das sagen nach den Chiapas. Das sieht nach großem Abenteuer aus. Wenn Penny alle Prüfungen besteht, kann er hier Expeditionshelfer werden. Da ist er, der Professor. Der weiß bestimmt, wie man es hier wird. Ach, hallo, Penny. Du musst dich als fachere Abenteurer beweisen. Und zuerst die richtige Abenteuer-Ausrüstung für dich. Gar kein Problem. Das ist es nicht. Das auch nicht. Wollt ihr mir helfen? Auf Togodi-D. könnt ihr für die unterstützen, die richtige Ausrüstung zu finden. Mit der Verschlüssel gewinnt ihr ein Papier-Ulaub im Phantasialand oder ein Chiapas-Abenteuer-Paket. Expeditionshelfer gesucht! Im Phantasialand hat eine neue Attraktion ihre Tore geöffnet. Chiapas! Wenn Penny alle Prüfungen besteht, kann er hier Expeditionshelfer werden. Das ist in den Kisten alles drin. Professorchen, sind das aber echt geschätzt? Bitte nicht anfassen. Diese Sachen sind 100 Jahre alt und unerzelt sich. Aber es fehlt eine wichtige Kiste. Ob du sie mir hierher schaffen kannst? Für einen richtig starken Abenteuer wie mich ist das natürlich kein Problem. Ich will sie jetzt hier durch. Das war wie nicht ohne euch. Pack doch mal bitte mit an. Auf Togodi-D. könnt ihr Penny helfen und die Kiste zum Professor bringen. Mit der Verschlüssel gewinnt ihr ein Familiengegänger auf den Phantasialand oder ein Chiapas-Abenteuer-Paket. Mit euch zusammen schaffe ich das bestimmt. Expeditionshelfer gesucht! Im Phantasialand hat eine neue Attraktion ihre Tore geöffnet. Chiapas! Wenn Penny alle Prüfungen besteht, kann ich hier Expeditionshelfer werden. Kammelbeck, Kammelbeck, Kammelbeck. Ich höre immer nur Kammelbeck. Professorchen, was ist denn nun eigentlich dieser einzigartige Kammelbeck, von dem hier in Chiapas jener redet? Bevor ich dir das verrate, musst du erst einmal das schadenhafte Meier-Rätsel lösen. Wollen schon viele deiner Vorgänger gescheitert sind? Zumindest als Archäologe, das kann ein Problem da stehen. Ähm, ja. Ich wollte dir die neue Hilfe. Auf Togodi-D. könnt ihr Penny helfen, das geeignisvolle Rätsel zu lösen. Mit etwas Glück gewinnt ihr einen Familienwurlaub im Phantasialand oder ein Chiapas-Abenteuerpaket. Ihr drückt euch die Daumen, hm? Expeditionshelfer gesucht! Im Phantasialand wird eine neue Attraktion ihre Tore geöffnet. Chiapas! Wenn Penny alle Prüfungen besteht, kann er hier Expeditionshelfer werden. Ah, endlich meine frischene Dusche! Der Penny, Penny, Penny. Die Bumpe steht darin, am Wasserfall vorbeizukommen, ohne nass zu werden. Schade, so ein Abkühlen wirklich gut getan. Langt hier oder hier? Nee, das klappt so nicht. Warum mit dir eure Hilfe, sonst kommen hier die Flaschen durch. Ha, da ist es. Na, ob das gut geht? Auf Togodi-D. könnt ihr Penny helfen, an den Wasserfällen vorbeizukommen. Mit etwas Glück gewinnt ihr einen Familienwurlaub im Phantasialand oder ein Chiapas-Abenteuerpaket. Huah, 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 mit eurer Hilfe schadet bestimmt viel besser. Ja, dann mal los. Expeditionshelfer gesucht! Im Phantasialand wird eine neue Attraktion ihrer Tore geöffnet. Chiapas! Wenn Penny alle Prüfungen besteht, kann er hier Expeditionshelfer werden. Genau, Professor. Was muss ich denn noch alles tun, um Expeditionshelfer zu werden? Das große Chiapas-Wissenskirchen ist zu und wissen nach. Also, wie lange dauert eine Chiapas-Fahrt? Wie viele Abwarten gibt es? Und wie steil ist die Steinsabfahrt von Chiapas? Ja, warte, Professor. Das habe ich gleich anzuliegt. Nee, so genau kann ich das leider nicht sagen. Ich glaube, ich brauche eure Hilfe. Auf Togodi-D. könnt ihr Penny helfen, das Chiapas-Fahrt zu meistern. Mit etwas Glück gewinnt ihr einen Familienwurlaub im Phantasialand oder ein Chiapas-Abenteuerpaket. Also los. Zusammen schaffen wir das. Expeditionshelfer gesucht! Im Phantasialand wird eine neue Attraktion ihrer Tore geöffnet. Chiapas! Wenn Penny alle Prüfungen besteht, kann er hier Expeditionshelfer werden. Wer hätte es gedacht, dass du die Prüfungen alle bestehst? Na, du hast es dennoch geschafft! Das ist ja Wahnsinn! Jetzt bin ich Expeditionshelfer und darf so oft Chiapas-Fahrt wie ich will! Ja! Boah, super! Und da ihr das auch geholfen habt, haben wir Professor und ich für euch eine große Million und... Boah, klasse! Auf Togodi-D. könnt ihr euch auch schon mal mit Chiapas-Fahrt fahren? Bitte das Glück gewinnt ihr einen Familienwurlaub im Phantasialand mit Quick-Bass mit Chiapas oder ein Chiapas-Abenteuerpaket. Viel Glück! Und hier fahren! Normal! Ja!